jetzt nochmal dann geh du rein dann bin ich befreit erst mal davon ich glaube ich bin jetzt in der falschen Zelle in der richtigen so pass auf jetzt kann das kann ich den scheiß nicht geben klein pass auf wir helfen wir helfen die beiden nicht so stecken nie gut gemacht da ist aber das wird das schwein die haben doch in einem Wurschen ganz gewaltig erzähl dir nicht du vermisst mich gar nicht nein wir sind nicht Warum? Ich weiß noch nicht, aber ich werde wissen. Okay. Also, wie ist Alex? Es ist sechs Monate. Er erinnert seinen Vater. Scheiße. Ich erinnere ihn, Linda. Er hat er gehört? Nein, nein, hör mal. Es ist egal, er denkt ihr in Italien zu helfen. Gut, gut. Ein Problem von Harvey? Kein Problem, er wird uns finden. Und du sicher? Ja, ich habe uns ein neues Haus. Wir müssen jetzt sicher sein. Oh, sonnein Bitch. Baby, Baby, listen. Wir müssen das durchführen. Hey, warum sind wir noch warten? Niemand kommt für dich. Vielleicht hat er nur die Busse verloren. Ich werde noch mehr warten. Ich werde noch warten. Nein, noch mehr Besucher kommen. Du willst eine Telefonkarte? Oder du willst zurück nach dir? Ich würde eine Telefonkarte machen, Herr. Los geht's. Los geht's. Was ist das? Los geht's. Oh! Oh, ja, ja. Carol. Warum bist du hier nicht? Weil ich bei Hause bereiten, um die Kinder zu erwarten. Bitte. Wir haben gesagt, wir haben über das gesprochen. Nein, du hast gesagt, das. Ich habe nichts gesagt. Du bist in prison. Du bist in prison. Ich werde bald. Versuch dich, Vincent. Das ist nicht die du bist. Das ist das, was du willst? Das ist wie du für die Zukunft? Das ist das, was du mit der Nachdenkarte sich erinnerst? Nein. Aber ich habe die Harvey gerät. Es hat sich genommen, dass er den Geruch verbringt. Du weißt, dass er den Geruch verbrannt hat. Er war meine Familie. Mein eigener Bruder. Ich weiß, dass du ihn erinnst, aber du kannst ihn nicht zurückbringen. Du kannst dich nur noch sterben. Bitte. Du weißt, dass ich das tun muss. Ich kann mich nicht glauben, dass ihr den Geruch verbringt. Hast du den Kopf geklappt? Hallo? Bittsch. Ein bisschen kann ich es auch verstehen. Einfach so, ihr übelst klarrt uns als Zeitverschwindet heute. Wir müssen es heute Nacht machen. Hm. Eine lange Nacht. Die Nacht der Ausbrüche. Die müssen sich ordentlich runterfallen. Die Nacht. Eine lange Nacht der Ausbrüche. Die Nacht. Die Nacht. Die Nacht. Die Nacht. Die Nacht. Die Nacht. wo ist der hin und stotter muss er rüber ja er muss hier hin es ist einfach mal so hindurch oh wache wo ist er? vor mir? der anderen seite willst du mal blinken? brauchst du nicht die kommen ja schon das war kein don 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jetzt 6 jetzt verdammt oh gott jetzt es geht doch aber perfekt synchronisiert alter das meiste steinchen geht auch kaputt hey watch out shit vor uns noch mehr shit ja warte ich schalten aus ich schalten aus ich schalten aus ich schalten aus ich bin ja profin ausschalten ja nicht da ja nicht da das ist hier hin gut kann man aber über hier bin ja schon da das so ein bisschen darüber hey hallo Lüfter also sorry Komm, dir helfen! Let's go, let's go! Leiter hoch? Mh... Come on, man! Was ist das wirklich necessär? Das hat er gesagt, wir müssen durchs Büro von Direktoren. Bier reagiert nicht. Danke.